Wir sind die Anmator G, ein inhabergeführtes Unternehmen aus Hamburg und sind im norddeutschen Bereich im Bereich der IT-Dienstleistung tätig und heute mit dem speziellen Thema IT-Monitoring, wie überwache ich mein Netzwerk proaktiv. Was wir für Ideen haben, das kann ich Ihnen so nicht sagen, aber unser Alleinstellungsmerkmal ist aus Hamburg zuverlässig, auf den norddeutschen Bereich und mit Sicherheit aus Deutschland. Vielen Dank für's Zuschauen.